Ich bin Ladina Jenni, geboren 1993, fahre Snowboard Alpine und bin momentan in der Nationalmannschaft. Der Speed, das Carving und das Direktduell. Zu meinem grössten Erfolg zähle ich zwei Olympia-Teilnahmen, drei Schweizer Meistertitel, fünf Weltkrieg-Bodestplätze und einen vierten Platz im Gesamtweltkrieg. Mein Ziel ist, eine andere WM-Medaille zu holen und 2022 eine Olympia-Medaille zu gewinnen. Im Sommer verbringe ich sehr gerne Zeit auf dem See mit Wake-Surfen oder mit Familie und Freunden, wo es im Winter leider ein bisschen zu kurz kommt. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, zielstrebig und fokussiert. Wie kommt das Länge? Wie kommt das Länge? Wie kommt das Länge?